Herzlich Willkommen zu meinem Video Solar Windmühle BAUSA alle Holzteile sind vortefertig sie sind nicht erforderlich Höhe ca. 90 cm und let's go das sind hier die Einzelteile von dem 3D Puzzle Windmühle und ich packe es mal kurz aus als nächstes ist hier die Anleitung als erstes brauchen wir den Kreis und diese die brauchen wir mal die muss man hier ausdrücken wenn das so einfach wäre so einmal das und an Prozent um ja um dann das rote hier rein ähm ich hab nicht auch gesehen ähm ne da hat und nach in einer Zeit hat das dann leider nicht mehr aufgenommen ähm ja tut mir leid 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 ähm so da habe ich nicht recht immer so jetzt noch eine die und er dreht sich das ist schon mal die Hauptsache und dann kommt die dann nöter noch drauf und dann die nöter noch drauf dann muss das hier alles mit ein Kappel da festgemacht werden und dann das andere Teil das muss dann immer nach 90 grad klinkel gesetzt werden ja wenn ich mir hier so schaue sind das glaube ich 90 grad das muss dann hier an der weg werden genau ohne dass mir die dinder abfällt warum mache ich das eine da erstmal wieder offen und und tut das dann da rein setzen ähm ähm um so es läuft so und dann kann das hier dann eigentlich auch wieder zugemacht werden ja so jetzt müsste es doch eigentlich nein team keine kraft es läuft ja ich halte mich jetzt mal wieder kurz an so das war dann alles so dann nur noch ja da bin ich auch wieder sorry okay ähm ähm die film ähm ja so ich habe hier so ein schnellkleber so da tue ich nichts einfach mal festkleben und das war's auch von diesem wunderschönen 3d puzzle so wo ich mal versuchen werde es zu achte luftzieren ja ja so 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 ja ja ähm ich werde es dann zusammenschneiden von den hübschen Windmühlen ja man könnte die jetzt noch anmalen das tue ich nicht leider nicht oder ähm ähm ich mach ein bisschen ja ähm es ist einmal kurz die Lampe im spiel so ähm wenn das nicht dann mal eben bald gehen würde dann würde ich echt toll finden wenn nicht dann geht es eben nicht hm so so ähm ja hm hm ähm ich hab da gerade auch überhaupt nichts oder ja ich hab ne idee ups nicht zu mir sondern hier ja so 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 was was ja so 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 Ne, dann eben nicht, ähm, versuchen werde ich es nicht nochmal. Dann bedanke ich mich, dass ihr es angeschaut habt und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Ähm, ja, nochmal die Ansage, sorry, ähm, es können hier zurzeit keine anderen Beiträte kommen, ähm, weil einfach meine, meine, ähm, ähm, ja, Programm, ähm, will ein einfach nicht so wie ich leider möchte und fällt leider zurzeit aus. Ja, ich habe zwei Programme, mit dem einen kann ich es dann auch vertonen und mit dem anderen Programm kann ich eigentlich nur Sachen, ähm, zusammenfüllen. Ja, dann, äh, dann kriege ich mich oben da, anschauen dieses Video. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal.